Wem gehört eigentlich Ecomi und damit auch Vivi? Und wer hat wie viele Anteile an diesen Firmen? Und wer finanziert Ecomi und damit auch Vivi? Diese Fragen werden wir heute in diesem Video klären. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Deswegen bleibe auf jeden Fall bis zum Ende dran und wirklich jede Information für dich mitzunehmend wie jetzt. Und ich habe gesagt, let's go, ab ins Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain Dain, Vivi Uchi mit den wichtigsten Dingen, die du auf jeden Fall zum Thema Vivi und auch Ecomi wissen solltest. Und heute habe ich wirklich ein sehr spannendes Thema ausgekramt und mich dort mal ein bisschen reingelesen und recherchiert und so weiter und so fort. Deswegen würde es mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du dem ganzen Video hier ein Like geben würdest, denn das Ganze war wirklich eine Menge Arbeit, sich rauszusuchen. Aber großen Dank auf jeden Fall auch an dieser Stelle an Caro, der mir auf jeden Fall hier auch einige Quellen geschickt hat, die mich doch dann auf den Weg gebracht haben, hier auf jeden Fall dieses Video für euch auch zu machen. Deswegen würde ich sagen, schnackt mal an dieser Stelle gar nicht mehr lange rum und starten direkt rein ins Video. Ich werde euch natürlich aber auch selbstverständlich jede Quelle, die wir auf jeden Fall in diesem Video besprechen, unten in der Videobeschreibung verlinken. Dann kannst du das selber auf jeden Fall nochmal nachschauen und vielleicht findest du ja du auch noch irgendetwas, was ich übersehen habe. Starten wir doch aber erstmal überhaupt hier bei der Verteilung der Anteile von Ecomi beziehungsweise Orbis Blockchain Technologies Limited. Und wie die Leute jetzt nicht wissen, was ist denn jetzt diese Firma schon wieder? Orbis Blockchain ist im Prinzip die Mutterfirma, beziehungsweise dazu gehört auch noch Ecomi. und Vivi ist an der Stelle natürlich ein Produkt von Ecomi. An der Stelle ist natürlich hier oben ganz klar der gute David Yu mit 55% der Anteile auf jeden Fall auf der Spitze, was erstmal ein sehr positives Zeichen ist, dass hier David mindestens 55% hält, also mehr als die Hälfte der Anteile, für die Leute sich damit nicht auskennen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn ja, 55% bedeutet einfach halt die Mehrheit über das Unternehmen und damit auch die Macht über das gesamte Unternehmen zu haben. Als zweite Stelle haben wir dann natürlich David John Crothers, beziehungsweise Daniel Crothers, den CEO of Vivi, beziehungsweise auch Ecomi. Anschließend haben wir dann Hongbo Xu. Und jeder wird sich jetzt fragen, wer zum Teufel ist dieser Mann? Und warum hält er hier an dieser Stelle knapp 4,5% der Anteile von? Und ich habe den Guten einfach mal nachgeschaut und habe hier etwas sehr Interessantes gefunden. Und zwar ist nämlich er mit einer der Top 10 besten Angel-Investoren aus China und ist auch hier, was das Thema Blockchain angeht, sehr erfahren. Außerdem hat er insgesamt 25 Jahre Erfahrung in diesem gesamten Bereich, was Investment, strategische Planung und Produktentwicklung und so viel mehr angeht. Also er hat hier wirklich einen Plan und ich meine, mit einer der Top 10 besten Angel-Investoren in China zu sein, das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer. Und ja, der eine oder andere wird jetzt aber nicht wissen, was ist denn jetzt ein Angel-Investor schon wieder? Und deswegen habe ich für euch auf jeden Fall hier erstmal eine Definition rausgesucht. Was ist denn ein Angel-Investor? Ein Angel-Investor, auch Business Angel oder Unternehmensengel, ist eine vermögende Privatperson, die kleine Startup-Unternehmen oder die Unternehmen selbst finanziell unterstützt. Das heißt im Prinzip unterstützt er mit seinem eigenen Kapital, wo er auch anscheinend sehr viel haben muss, auf jeden Fall Vivi bzw. Orbis Blockchain an dieser Stelle. Und das ist ja prinzipiell erstmal sehr gut, wenn man sieht auf jeden Fall, dass hier wirklich ein sehr, sehr guter Angel-Investor an dieser Stelle wirklich hier auch bei Vivi investiert ist und auch 4,5% der Anteile hält. Der viertgrößte Shareholder an dieser Stelle ist natürlich niemand anderes als Alfred Kahn mit 3,23%. Ist das doch auf jeden Fall auch eine stattliche Sache. Und ja, ich glaube zu ihm muss ich tatsächlich nichts mehr sagen. Ich habe dazu schon ein Video gemacht zu den Teammitgliedern. Dadurch, dass Alfred Kahn hier zu den Teammitgliedern gehört, habe ich auch über ihn berichtet. Ich würde euch das Video einmal hier unter dem i verlinken, dann könnt ihr euch das mal anschauen, wer zum Team gehört, was die so Hintergründe haben und so weiter und so fort. Als nächsten Mann haben wir dann tatsächlich schon Mordo John Kelt. Und der hat einen Prozentsatz von 2,23% und ist natürlich dementsprechend auch hier gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Bevor wir jetzt aber auf diesen Mann hier weiter eingehen, schauen wir uns doch erstmal an, was bedeutet denn überhaupt der Begriff Venture Capital. Denn das ist nämlich ganz entscheidend jetzt auf jeden Fall hier, weil der Begriff öfter nochmal auftauchen wird. Und zwar heißt das nämlich nichts anderes als Wagners Kapital bzw. Risikokapital. Das heißt, John Kelt hat an dieser Stelle hier eine eigene Risikokapitalgesellschaft, mit der er zum Beispiel kleinen Startups oder auch Unternehmen unter die Arme greift und dieser Stelle hier sie mitfinanziert, dafür aber natürlich auch Anteile erhält. Das heißt im Prinzip dann, wenn das Unternehmen erfolgreich gehen sollte, auf jeden Fall hier auch einige Profite mitnehmen kann. Er selber ist auf jeden Fall hier auch nicht seit gestern mit dabei, hat einiges an Erfahrung, was er auf jeden Fall mitbringt und ist auf jeden Fall in einigen Unternehmen hier schon tätig gewesen. Und schauen wir uns nochmal an, ganz kurz hier auf jeden Fall auf der Seite von Venture Ventures, denn die sind nämlich nicht nur in Orbis Blockchain bzw. in Ecomi investiert, sondern zum Beispiel auch bei Ledger, zum Beispiel aber auch bei Kraken, bei Sushi, bei ASM Helium. Also auch relativ viele Projekte im Kryptospace, wer immer das Ganze sich mal hier genau anschaut. Das ist ziemlich interessant, ich werde euch die Seite wie gesagt auch unten verlinken. Also hier auf jeden Fall ein Venture Capital bzw. eine Risikogesellschaft, die Vivi unterstützt. Insgesamt gibt es aber auf jeden Fall noch zwei weitere. Und bleiben wir direkt bei den Venture Capitals. Schauen wir uns hier auch auf jeden Fall eine weitere Risikokapitalgesellschaft an. Und zwar errichtet sich nämlich hier an dieser Stelle von Blackbirds, nicht verwechseln mit BlackRock, das ist Blackbirds. Und diese haben in ihrer letzten Funding-Runde, das heißt in ihrer letzten Runde, wo Investoren in einen bestimmten Fonds, der dann investiert wird, investieren konnten, da hatten sie knapp eine Milliarde Out bzw. australischen US-Dollar gesammelt. Das sind so knapp 640 Millionen US-Dollar, was schon eine ordentliche Hausnummer ist. Und auf jeden Fall hier zeigt, dass dieser Fonds doch auf jeden Fall auch im australischen bzw. neuseeländischen Raum mittlerweile Anschluss findet. Im Verhältnis zu vielen anderen Venture Capitals ist das tatsächlich gar nicht mal so wenig, wenn man sich nämlich mal hier die Zahlen anschaut. Zum Beispiel von General Atlantic, die haben zum Beispiel hier als letztes knapp 8 Milliarden US-Dollar eingesammelt, knapp 7 Milliarden weniger, aber nichtsdestotrotz sind sie auf jeden Fall auf einem guten Weg. Also das heißt, sie haben hier auf jeden Fall eine Risikokapitalgesellschaft, die auf jeden Fall weiß, wo es lang geht und auf jeden Fall hier auch schon einiges an Erfahrung mitbringt. Das heißt, dass sie hier auf jeden Fall auch wissen, was sie tun und nicht in einfach irgendein Startup investieren. An dieser Stelle unterstützen sie tatsächlich Vivi und nicht Ecomi. Wenn man nämlich hier runter scrollt, dann sehen wir auf jeden Fall hier, dass sie an dieser Stelle Vivi unterstützen. Natürlich ist da drüber natürlich Orbis Blockchain. Das heißt, irgendwie stehen sie da auf jeden Fall auch mit in Verbindung. Die ganze Seite ist nicht wirklich aufschlussgebend, außer dass wir hier sehen, seit wann sie auf jeden Fall hier investiert sind, nämlich seit 2021. Und das ist natürlich an dieser Stelle gar nicht mal so schlecht. Schauen wir uns nochmal ein paar Daten mehr an zu Blackbird Ventures. Und zwar ist das Ganze nämlich in Australien gegründet worden. Die Gründer selbst sind tatsächlich auch erfolgreiche Startup-Gründer und kommen teilweise auch aus dem Silicon Valley. Und im November 2022 war, wie gesagt, die letzte Finanzierungsrunde mit knapp 640 Millionen US-Dollar, die sie eingesammelt haben. Außerdem waren auch in den letzten Runden immer wieder mehrere hunderte Millionen US-Dollar auf jeden Fall, die eingesammelt wurden. Das war jetzt noch nicht in dieser Größenordnung, aber tatsächlich schon so 200 bis 300 Millionen, die pro Funding-Runde eingenommen wurden. Ansonsten ist das aber auch tatsächlich noch ein staatlich unterstützter Fonds und dementsprechend tatsächlich gar nicht mal so uninteressant, meiner Meinung nach. Als nächsten Shareholder haben wir dann hier Ahmad Salim Al-Mashani. Tut mir leid an dieser Stelle, falls ich es aussprechen sollte. Mit 2,23 Prozent hält er an dieser Stelle gar nicht mal so wenig. Und ja, wir sehen ihn tatsächlich auch auf LinkedIn. Und er ist zum Beispiel hier auch wieder Director bei Altaman Holding LLC. Und das ist tatsächlich auch wieder eine Investmentfirma, beziehungsweise er ist an dieser Stelle ein Privatinvestor aus dem Oman und ist sehr viel auf jeden Fall hier im arabischen Raum unterwegs, beziehungsweise in den Vereinigten Emiraten und so weiter und so fort. Das heißt eher im Osten unterwegs. Aber nichtsdestotrotz, das hat nichts zu sagen. Solange er hier auf jeden Fall die finanziellen Mittel mitbringt, das ist ja auf jeden Fall das Wichtigste. Aber hier auf jeden Fall, wie gesagt, der dritte Investor, der auf jeden Fall hier mit groß dabei ist. Und ansonsten kommen wir noch zu den zwei letzten Personen, denn ansonsten wird das nämlich einfach viel zu viel. Ich habe mir nämlich gedacht, ich mache wirklich nur die, wo es wirklich noch interessant ist. Wenn man sich mal anschaut hier unten, ja, das sind dann irgendwie nur so 0,75 Prozent. Das ist nicht wirklich, wirklich spannend. Deswegen habe ich jetzt ansonsten nur noch diese beiden hier wirklich auch recherchiert, die auch wirklich einen, sagen wir mal so, interessanten Einfluss haben könnten. Und zwar nämlich einmal Yu Shang Wang. Dazu habe ich tatsächlich aber sehr wenig Daten gefunden, beziehungsweise ich habe eine Person gefunden, die ein Künstler ist. Ja, da war jetzt nicht wirklich so ein interessanter Bezug. Deswegen habe ich das jetzt an dieser Stelle nicht mit reingenommen. Aber Paul Neville Adams ist auf jeden Fall ein interessanter Charakter. Und hier haben wir auf jeden Fall nämlich wieder einen Investor. Und zwar nämlich den CEO von Everedge. Das Ganze ist ein Unternehmen, welches sich hier an dieser Stelle mit der Beratung für Unternehmensfinanzierung und auch Investmentfirmen für immaterielle Vermögenswerte beschäftigt. Wer sich jetzt darunter wenig vorstellen kann, immaterielle Vermögenswerte sind zum Beispiel Lizenzen. Und das ist natürlich etwas, was bei Vibi voll ins Schwarze trifft. Aber nichtsdestotrotz sieht man auf jeden Fall hier eine interessante Verbindung zwischen vielen Leuten, die auf jeden Fall auch in dem Bereich Vermögensverwaltung und auch Investitionen einiges an Erfahrung mitbringen. Und um das Video jetzt wirklich auch nicht zu lang zu machen, das sind auf jeden Fall an dieser Stelle die Leute, die ich persönlich erstmal gefunden habe, die ich sehr spannend fand und die ich auf jeden Fall mit euch geteilt haben wollte. Wenn dir auf jeden Fall das ganze Video an dieser Stelle gefallen hat und du mehr solche Videos haben möchtest in Zukunft, falls es irgendwas da gibt, dann gib mir auf jeden Fall sehr gerne ein Like. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall aber noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.